So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und wir haben wieder eine kleine Infofolge für euch vorbereitet, beziehungsweise, hab ich das gerade gesehen, äh, Nayendik verkündet weiteren Umgang mit Pandemie-Boni. Ihr wisst ja alle, wenn ihr in euren Heute-Tab schaut, sind verschiedene Boni aufgelistet, die für die, äh, Corona-Zeit gelten, gegolten haben, wie auch immer, das wurde ja immer wieder verlängert, es ist jetzt auch immer noch aktiv, jetzt soll sich aber trotzdem endlich mal was ändern, ob das jetzt gut oder schlecht ist, das werdet ihr gleich sehen, es kommen einige Sachen hinzu und andere Sachen fallen hinweg, ja, fallen weg, nicht hinweg. Ähm, ich muss sagen, ich erlebe es immer wieder, äh, durch die Corona-Boni, durch die ganzen anderen Lockerungen, sonst was, also im Spiel, das ihr lockerer spielen konntet, hat sich das Spiel sehr verändert und meistens ist es jetzt wirklich so, du gehst raus, machst den Raid, kündigst den an, dann melden sich ein paar Leute für den Raid an, aber du stehst halt einfach wirklich alleine an der Arena, weil halt keine Sau mehr da ist. Selbst wenn es kein Corona mehr gibt, glaube ich nicht, dass die Leute, äh, wie früher einfach sich da treffen, bisschen labern, chillen, sonst was, den Raid machen, hin und her, das irgendwie richtig cool zur Sache geht. Die meisten sind jetzt so verwöhnt durch diese Fan-Raid-Pässe, die zu nutzen, wenn man jetzt einen Kollegen in Berlin hat, der da ein Raid macht und sagt, ach, ich mach hier ein Raid, ich kann dich hier einladen, Homie, und dass man das macht, okay. Aber in der Stadt, wenn ihr seht, die Arena ist 5 Meter von euch entfernt und ihr sagt, ne, da geh ich jetzt nicht hin, ich bleib jetzt hier sitzen und mach jetzt ein Fan-Raid, ich mach mit. Gut, das finde ich halt, weiß ich nicht, finde ich halt ein bisschen doof, also wenn man die Arenen sieht, kann man so drauf zugreifen, aber wenn man die sieht, dann sind die so nah in der Nähe, da könnte man doch einfach hinlaufen und vor Ort gehen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, lasst ihr euch nur einladen oder sitzt ihr dann auch zu Hause und grast alles im Umfeld ab, wo ihr auch eigentlich hinlaufen könntet, viele nutzen dann lieber einen Fan-Raid-Pass für eine Arena, die 2 Meter weg ist, anstatt hinzugehen und den kostenlosen Pass zu spielen. Ist alles nicht so einfach, aber ich sehe es immer wieder, jeder will eingeladen werden, jeder sagt, ich gehe über Fan-Raid rein, sonst was, auch wenn die trotzdem in der Nähe sind, finde ich, wie gesagt, etwas schade. Jetzt wollen wir mal kurz hier gucken, ne. Während der Corona-Pandemie wurden in Pokémon Go zahlreiche Boni implementiert, die das Spielen mit Abstand und von zu Hause aus ermöglichen. Nun hat Neyendik verkündet, wie es mit diesem Boni weitergehen wird. Da nach und nach mehr Regionen der Welt die akute Gefährdungslage der Corona-Pandemie hinter sich zu bringen scheinen, plant Neyendik eine langsame und stufenweise Aufhebung der besonderen Boni. Manche Boni werden dauerhaft erhalten bleiben. Schade. Andere gehen verloren. Auch schade. Zusätzlich will Neyendik durch neue Boni wieder Anreize schaffen, sich für das Spielen nach draußen zu begeben und sich zu bewegen. Mal gucken, ob das jemand nutzt. Ende Juli werden die Änderungen in Neuseeland und in den USA durchgesetzt. Je nach Pandemielage wird dies anschließend auf weitere Regionen erweitert. Jetzt ist es also fast Ende Juni, aber Ende Juli, Juli, sagen manche auch, könnte das dann langsam anschwappen. Neue Entdecker Boni. Das finde ich jetzt besonders cool. Man wird täglich nicht mehr nur einen, sondern zwei kostenlose Raid-Passe an Arenen erhalten. Ist für die Leute, die natürlich zu Hause auf ihrem Arsch sitzen und nur noch alles über einen Fanrate machen, selbst wenn der 100 Meter entfernt ist. Ach ne, ich mache Fanrate, dann kaufe ich lieber. Obwohl eigentlich das Kaufen wäre auch was Gutes ist für die App. Trotzdem, ich renne dann immer hin mit meinen sechs Handys, stehe da an der Arena, stehe alleine rum. Die anderen gehen von zu Hause aus rein oder so. Das heißt, ich habe jetzt noch mehr Stress. Manchmal ist es stressig, diesen einen Raid-Pass wegzukriegen. Jetzt muss ich täglich dann zwei Raid-Passe wegkriegen, vor Ort an den Arenen. Und das mit 18 Accounts. Das sind also 36 Raids. Ne, Raid-Passe, 36 Raid-Passe, die du dann täglich wegprügeln musst. Aber es hat natürlich auch heftige Vorteile. Wie gesagt, immer wenn irgendein cooles Pokémon neu eingeführt wurde, zum Beispiel in den einer Raid als Klick kam, was habe ich gemacht? Ich bin hin mit meinen sechs Handys, habe den Klick-Raid gemacht. Bäm, hat irgendeiner von den kleinen Accounts einen Shiny gehabt. Und ich habe gesagt, cool, jetzt kann ich natürlich das vom kleinen Account rübertauschen. Praktikbald, Bäm, gehst du hin, machst den Raid sechsmal mit Gelb, sechsmal mit Blau, sechsmal mit Rot. Du hast keinen einzigen Cent ausgegeben, weil du nur die freien Pässe nutzt. Hast aber 18 Mal die Möglichkeit, einen Shiny zu bekommen. Und das jeden Tag. Und jetzt habt ihr sogar zweimal pro Tag die Möglichkeit, dann sozusagen einen Shiny aus einem Einer-Raid zu ziehen, mit kostenlosen Passen, auch auf kleinen Accounts. Und das finde ich auf jeden Fall richtig stark, das alles zu verdoppeln. Auch als die Starter an Halloween kamen mit Kostümen. Ich habe keinen einzigen Cent ausgegeben für einen Raid-Pass. Ich bin hin mit den Accounts, habe gemacht. Dann habe ich umgewechselt, umgewechselt. Nächsten Tag bist du wieder hin, hast dir einen gesucht, hast den gemacht. Und jetzt kannst du zwei pro Account machen, täglich. Also nicht jetzt, sondern dann. Das finde ich auf jeden Fall eine richtig heftige Sache. Rauch lässt mehr Pokémon erscheinen, wenn man sich aktiv bewegt. Das war früher ja so. Wenn ihr an einem Ort gestanden habt, dann sind alle drei Minuten vielleicht ein Pokémon erschienen. Und das heißt, ihr habt in einer halben Stunde Rauch zehn Pokémon bekommen. Wenn ihr euch aber bewegt habt, wenn ihr gelaufen seid, dann ist jede Minute ein Pokémon gekommen. Das war Rauch. Kennt keiner mehr, ich weiß. Mittlerweile sitzen alle da. Rauch geht eine Stunde und alle paar Sekunden kommt ein Pokémon. Rauch ist viel zu heftig gewesen, aber war fürs Drinenspielen natürlich gut. Wird jetzt natürlich wieder reduziert. Und jetzt nur noch Rauch, mehr Pokémon, wenn ihr euch bewegt. Wo wieder die Leute massenhaft dann so aufs Handy starren und irgendwo in den Fluss reinfallen oder auf die Straße laufen. Also das ist wieder heftig gefährlich, aber trotzdem. Deswegen habe ich Rauch damals immer weggepackt. Habe ich nicht gebraucht. Aber mittlerweile war Rauch einfach richtig krass. Jetzt wird es nur noch krass, wenn ihr euch bewegt. Alles klar. Man erhält garantierte Geschenke an Pogestops. Wenn man nicht bereits das Beutellimit für Geschenke erreicht hat. Das finde ich auch besonders toll, denn es war so nervig. Du drehst 10 Pogestops und hast vielleicht 2 Geschenke. Wenn du da 100 Stück am Tag wegschicken willst, musst du aber 2 Millionen Pogestops drehen, dass du erstmal 100 Geschenke hast. Ist das richtig nervig. Es gab in diversen Events immer, dass du einfach garantiert ein Geschenk an einem Stop bekommst. Leider war das nur bei bestimmten Events. Jetzt soll es also direkt eingeführt werden, dass das immer so ist. Man erhält 10-fache EP für das Drehen von Pogestops. Und das ist auch richtig krass. Die 10-fachen EP für das Drehen neuer Pogestops. Habe ich gerade neuer gesagt? Manuel, was geht ab? Da werden sich natürlich manche wieder freuen, die viel reisen oder woanders stehen. Aber trotzdem wird das auch. Gab es zur Abenteuerwoche immer mal so. Eine Woche lang, dass ihr da mehr EP bekommen habt. Jetzt ist das dann immer so. 10-fach EP für das Drehen. Neuer Pogestops. Die Leute rasten aus. Diese Boni gelten nach der Einführung mindestens bis 1. September. Anschließend werden manche Boni erhalten bleiben und andere kommen. Boni, die aufgehoben oder geändert werden. Jetzt. Was wird geändert? Was wird aufgehoben? Also, was findet ihr denn am krassesten von den neuen Sachen? Ja, zwei kostenlose Pässe. Dass man sich bewegen muss bei Rauch. Das klingt halt nachteilig. Das andere ist aber richtig krass. Die garantierten Geschenke finde ich cool. 10-fach EP. Alles cool. Wunderbar. Aber die zwei Pässe hauen meiner Meinung nach am meisten rein. Dann. Was sich ändert? Rauch verliert seine erhöhte Spawnrate. Außer man bewegt sich aktiv. Das ist natürlich das Resultat aus oben dem. Was neu ist. Aber im Prinzip ist es wieder so wie früher. Nur, dass er trotzdem statt einer halben Stunde eine Stunde geht. Also, Rauch hat nicht mehr diese erhöhten Spawns. Die verdoppelte Distanz zu Pokestops und Arenen wird wieder auf den normalen Wert zurückgesetzt. Sie könnte im Rahmen von Events wieder erhöht werden. Das heißt, normalerweise, ich sitze hier, Stolpersteine, Heimarena, komme ich hin. Sonnenuhr, komme ich nicht hin. Während der Corona-Zeit war ja die Reichweite erhöht. Das hieß, ich kam an die Stolpersteine und ich kam an die Sonnenuhr. Und konnte alles mit einem freien Pass machen. Jetzt, wenn das wegfällt, bräuchte ich für die Sonnenuhr schon einen Fanrate-Pass. Das ist ja das, was ich kritisiert habe. Die ist 5 Meter von mir entfernt. Da kann ich auch einfach aus der Tür rausgehen und dort hinlaufen. Und ich hoffe, das ist eine gute Sache. Dass Leute, die sonst an Sachen rangekommen sind, jetzt auch mal wieder dann nach draußen gehen. Guckt euch das Wetter an, dass die Akkus durchbrennen bei 50 Grad im Schatten. So muss das sein. Das ist Pokémon Go. Ähm, ja ne, die Distanz ist halt weg. Aber ich habe bisher auch eigentlich immer versucht, wenn ich was mache, dass ich direkt zur Arena hingehe. Und ich sage, da drüben ist die Arena. Warte, doppelte Distanz. Ich bleibe einfach hier stehen. Ich wollte sowieso dann, wenn, dann immer an der Arena stehen. Also, passt. Äh, das Kumpel-Pokémon bringt seltener Geschenke. Okay. Manchmal fällt mir gar nicht auf, dass er überhaupt Geschenke bringt. Aber er hat wohl jetzt häufiger Geschenke gebracht. Äh, jetzt dann wieder seltener. Sachen, die aber bleiben. Rauch hält 60 Minuten an. Früher 30, jetzt 60. Nicht mehr so aktiv. Trotzdem, äh, doppelte Zeit. Immer noch. Bewegt euch 60 Minuten lang rumlaufen. Kann man ja mal machen. Man wird für Kämpfe in der Kampfliga nicht laufen müssen. Das finde ich auf jeden Fall sehr gut, weil, meiner Meinung nach, hat das noch nie Sinn ergeben. Ich will mit einem kämpfen. Aber vorher muss ich erst mal fünfmal ums Haus rennen. Hä? Wieso kann man nicht kämpfen, wenn man kämpfen will? Aber die Gehanforderung ist ja weg und bleibt auch weg. Finde ich auf jeden Fall sehr gut. Man kann online jeden Freund zum Kampf einladen, der mindestens guter Freund ist. Äh, vorher musste man mindestens Stufe 3 haben. Ganz am Anfang, glaube ich. Oder 2. Ist 2 gut? Ist 2 sonst was? Ich glaube, ne, ja, doch. Äh, 2 ist guter Freund, oder? Guder, Hüber, vor allem guter Freund, heißt das dann nicht super? Auf jeden Fall bleibt das so, wie es ist. Alle, die ihr jetzt einladen konntet, könnt ihr dann weiterhin auch einladen. Man kann weiter bis zu 20 Geschenke im Beutel tragen. War ja am Anfang immer nur 10. Sind 20, bleibt bei 20. Ist auch sehr schön. Man kann 30 Geschenke am Tag öffnen statt 20. War ja auch erhöht, bleibt erhöht. Ist auch sehr gut. Können sie auch meinetwegen auch 40 machen. Man erhält mehr Sternenstaub und EP für den ersten Fang des Tages. Na, das ist doch wunderbar. Also die Sachen, die bleiben, sind klein und fein. Das, was abgeändert wird, ist an sich jetzt nicht der Rede wert, außer das mit dem Rauch. Auch, dass man sich halt wieder bewegen muss. Ansonsten, wer sich nicht bewegen will, hat ja trotzdem Log-Module. Aber das, was neu eingeführt wird, ist meiner Meinung nach hier das Highlight. Diese EP, die garantierten Geschenke und vor allem die zweimal Raid-Pässe pro Tag beim Drehen. Am Anfang finde ich krass. Ja, warum nicht? Aber denkt dran, das sind Gratis-Raid-Pässe an der Arena, die ihr vor Ort verbrauchen müsst. Aber alle heulen immer rum. Wann gibt es mal wieder Gratis-Fan-Raid-Pässe? Na ja, das sind welche wirklich vor Ort. Aber egal. Ich mag das. Ich will das so haben. Das war es jetzt kurz. Ihr könnt ja mal reinschreiben, was ihr davon haltet. Was findet ihr cool? Was findet ihr nicht so cool? Seid ihr jetzt am rumheulen? Freut ihr euch jetzt wie ein Schnitzel? Schreibt es mal rein. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Ich glaube, ich muss heute eh noch eine Folge machen. Aber das seht ihr dann gleich.